Hallo, euer Kapo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Whelms. Opening Time. Es ist wieder soweit. Wir beschwören, bis wir einen Leggy bekommen, denn wir bekommen dann einen zusätzlichen legendären Helden. Es ist wieder soweit. Ich finde das Event mega. Man bekommt zwar nicht einen neuen legendären, aber wenn man einen bekommt, bekommt man einen zweiten. Und vielleicht ist es halt mit Glück einer, den man halt noch nicht hat. Aber generell finde ich das Event wirklich richtig, richtig nice. Von daher probieren wir wieder so lange zu öffnen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel brauche. Idealerweise wäre es natürlich nach 55 blauen Splittern. Aber wir werden sehen. Wir hoffen es. Ja, und wollen wir gar nicht lange schnacken, sondern es geht los. Wir machen 5 erstmal auf. Eins sind. Und dann gehen wir in die 10er Pools und hoffen, dass wir nach 55 Beschwörungen es geschafft haben. Los geht's. Ja, die 5 Einzelnen, da wird ja vermutlich nichts passieren. Es ist ja immer relativ selten, dass da was kommt. Wäre ja schon Glück, wenn hier mal was Episches kommt bei den 5 Einzelpools. Und jetzt gehen wir in die 10er Pools. Und jetzt hoffe ich, dass wir nicht zu lange brauchen und ich nicht zu viel Diamanten benutzen muss. Auch wieder alles blau. Wahnsinn. Kein Epischer nicht mal dabei. Das klingt doch eigentlich, dass wieder bald ein Leggy kommen müsste. Nein, episch. Prunor. Habe ich auch gefühlt schon 100 Mal bekommen. So, 30 noch. Jetzt auch wieder keiner. Kein Epischer dabei. Die Quote ist wieder echt mies. Aber gut, wir wollen Leggies sehen. Und die Epischen, selbst die Epischen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mittlerweile so viel. Und habe fast alle, dass ich sie unbedingt nicht mehr benötige. Genau, auch sie hier habe ich schon fertig. Von daher finde ich die blauen besser, da ich da immer noch ein paar Diamanten bekomme, muss ich sagen. Und wir sind soweit. Wir haben wirklich alle Splitts aufgebraucht und wir haben es geschafft. Ich bin jetzt richtig gespannt, wen wir bekommen. Kria. Schade. Habe ich schon. Kann ich aber definitiv erwecken. Nutze ich leider nicht weiter. Ich nutze sie nur bei der Fraktion. Da ist sie gut. Also da ist sie bei mir völlig ausreichend. Sonst nutze ich sie leider nicht weiter. Und jetzt bin ich echt gespannt, wer zusätzlicher Leggie kommt. Ob es einer ist, den ich vielleicht noch nicht habe. Habe ich leider schon. Und ich glaube, ich habe sie auch komplett fertig. Ja, schade. Schade, schade. Wenn ich sie jetzt noch nicht komplett fertig habe, kann ich sie auf jeden Fall einmal erwecken. Ich spiele sie teilweise echt gerne. Aber es ist halt, sie braucht halt eine Weile, um halt komplett auf ihre Stärke zu kommen. Ist echt schade, muss ich sagen. Aber gut, wir haben jetzt 55 Splitter dafür gebraucht. Mega. Ich brauchte keine Diamanten öffnen. Und das ist auf jeden Fall super. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr gezogen habt. Ob ihr vielleicht einen neuen Champion gezogen habt, den ihr noch nicht hattet. Lasst mich das wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten schaut doch gerne in der Videobeschreibung bei meinem Partner Holy Energy rein. Wer noch eine Energy-Variante, Eistee-Variante oder Sportgetränk-Hydration-Variante sucht, auf gesunder Basis, schaut da gerne in meiner Videobeschreibung rein. Rabattcodes sind auch mit verlinkt. Und wenn Fragen sind, immer im Discord, egal ob zu Holy Energy, ob zu Watcher of Realms. Wir sind eine große Community mittlerweile. Schaut gerne in der Videobeschreibung, ist alles da verlinkt. Und ansonsten, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao.